So und willkommen zurück nach meinem kleinen Special. Ja, diese Special werden immer pro Let's Play gemacht, also immer eine Folge oder sogar manchmal so wie bei Zelda 2. Ähm, ja, wir hatten die Superkraft freigeschaltet und hier alle Sterne. Als nächstes will ich Bowser machen, die anderen überspringe ich einfach mal. Mach ich vielleicht später erst. Das wird die Zeit dann zeigen. So, erstmal öffnen wir dieses Tor. Dieses Tor? Ne. Doch, dieses Tor. Hm, egal. Wow, da vorne ist Peach. Ich geh da jetzt mal hin. Was ist das? Das ist gar nicht Peach, das ist Bowser. Ich rette dich, Peach. Oh Gott. Wer hätte das gedacht, dass ich hier lande? Ich wüsste, dass du mir in die Falle gehen würdest. Du sollst öfter auf deine ulkigen Füße schauen. Och Mann, ärgere mich doch nicht immer. Na, warte mal jetzt. Ah, ach. Ich hab gesagt, du sollst so und dann... Ah, Dummkopf. Einfach nur Dummheit ist das hier, ja? Also, das hätte Mario wirklich besser machen können. Aber na gut. Dann versuche ich es einfach jetzt nochmal. Ja, ich weiß. Ich soll auf meine Schuhe achten. Mann, Mann, Mann. Dieser Bowser ist immer so... Ach nee, Quatsch. Brauche ich gar nicht einsammeln. Klatsch, 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 Klatsch. Okay, jetzt muss ich hier hoch. Oh Mist. Nein. Oh, war ich da schnell runter? Oh. Okay, mal sehen. Ich erinnere mich hier jetzt nicht mehr richtig dran, aber wenn ich dieses Feuer berühre, rennt er erst mal. Das kann ich auch nicht stoppen. Das ist das Dore. Zack. Und drauf. Und bin wieder drauf. So, hier ist, glaube ich, ein Buch drin. Nein. Raus, aber ab, du. So, jetzt aber. Komm her, komm, komm. Nein. Komm her, komm. Nein. Ah. So, dann haben wir jetzt schon den ersten Teil jetzt hier beendet. Teil 2. Irgendwas mit Elektro-Teilen, wenn ich die berühre. Jetzt zieht es mir was ab, aber die sind für eine kurze Zeit gelähmt. Und Gott sei Dank war hier eine rote Rubine. So habe ich nichts verloren. Oh, je, je. Das war knapp. So, jetzt muss ich auch abwarten hier alles. So, dann durchrennen. Und springen. Und wenn ich jetzt sterbe, hier gibt es leider nicht so wie bei Donkey Kong Country Save Points. Also solche Disco-Kugeln. Das wäre ja gar nicht so schlecht, weil wenn ich sterbe, muss ich alles wieder von vorne machen. Aber dafür sind ja die Level nicht so groß. So, schon mal ein kleiner Vorteil. So, stirb erst mal hier, du nervst. Oh, nein. Oh, Gott. Falsche Taste. Ah. So eine Scheiße ist das auch hier. Ich rede noch davon, hoffentlich fahre ich nicht runter. Und was passiert natürlich? Ich fall runter. Oh, du nervst, Bowser. Ich bringe dich gleich sowas von um. Ich stecke dir einen Schwanz in deine Muschi, ey. Das brauche ich gar nicht. Aktivieren. So. Ich hoffe, ich vertausche jetzt nicht noch mal diese blöde Taste hier. Also, hier springe ich. So. Hallo? Das war jetzt wirklich mehr als knapp. Naja. Das erste Baustein-Level geht eigentlich noch. So, das muss ich einsammeln, dann verlierst du sozusagen kein Leben. Weil ich es ja immer wieder bekomme. Komm her, komm. Oh. Du musst heilen. Nein. Nein. Ach. Ich brauche dich gar nicht, Pils. Ich sterbe ja gar nicht mehr. So. Nie im Leben. Okay. Jetzt durchrennen. 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 Oh, Mann. Der wünscht mich immer wieder. Was? Ich wollte gerade sagen, ha, jetzt nicht. Oh, ah. So, jetzt bin ich wieder an dieser Stelle hier. Hier habe ich Angst, dass ich einfach runterfliege. Aber, das sah jetzt sehr souverän aus, muss ich schon sagen. So, jetzt bin ich wieder an dieser Stelle hier. So, ja, gar nicht so schlecht. Ein bisschen warten. Hoch springen. Gar nicht so schlecht. Ein bisschen warten. Hoch springen. Äh, okay, das war jetzt sehr knapp. Dann so springen und... Jetzt diese Stufen hier. Hoch klettern. Ah, ich warte einfach nochmal. So. Vielleicht wieder... Ah, komm schon. Äh. Ja. Und jetzt ist er drin. So, jetzt bin ich beim Bowser. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Irgendwie im Schwanz packen, das war's. Ah, drehen. Und dann gegen so ein Teil. Okay. Tier Mario Peach gehabt. Hä? Tier Mario Peach gehabt? Die Prinzessin ist nicht hier. Und wird es auch so bald nicht sein. Hahaha. Es wird dir niemals gelingen, mich von hinten zu packen und zu werfen. Da müsste schon ein wahrer Hell kommen, keine Wurst. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause und reparierst weiter Caputo Robe. Also, falls dich mit mir zu messen... Wieso gibt er einen Tipp, wie ich ihn besiegen soll? Ah, aus diesem Spiel werde ich einfach nicht schlau. Hey, warum ist er so schlau? Jetzt habe ich ihn. Äh, wie geht das? Okay, so geht's nicht. Äh. Ah, so irgendwie. Hä? Äh. Soll das bitte schon mit dem Steuerkreuz gehen? Na gut. Ein bisschen langsamer, aber... Komm schon. So. Jetzt fallen lassen und stirb, du Scheiße. Also, ihr habt gerade gesehen, dass es irgendwie schwer... Ich weiß gar nicht, wie ich das hier machen soll mit dem Steuerkreuz. Oh, so? Ach so, jetzt habe ich es raus. Oh, ich bin paralysiert. Ach so, was soll ich machen? Hochspringen, hochspringen. Okay, so. Okay, das ist... Gerade mal, äh, die erste Stufe im Bauzahn. Ich kacke hier schon ein bisschen ab, muss ich ehrlich sagen. So. Och. Das ist italienisch, oder? Shidoku, otto. Okay. Scheiß drauf. Jetzt stirb auf jeden Fall. Alter, ey. Das ist doch... Nicht schwe... Ja! Ja! Oho! Was war das denn für ein Inferno? Okay. Hast du jetzt auch noch nicht besiegt? Äh, offensichtlich war ich ein wenig, äh, unachtsam. Aber ich habe noch immer die Prinzessin und du die Powersterne in meiner Gewalt. Ich werde dafür sorgen, dass du keine weiteren Sterne erlangen wirst. Unser nächstes Treffen wird ein anderes...